Auch dieses Jahr starten Sports Edition gemeinsam mit Stefan Bewegt und Bitonic die 30 Sekunden Challenge. Eine Spendenaktion, bei der ihr mit euren Kniebeugen Weihnachtswünsche erfüllt. Mit euren Kniebeugen spendet ihr an das Projekt Dream Rocket, das schwer erkrankten Kindern Weihnachtsgeschenke kauft. Bei der 30 Sekunden Challenge werden von Bitonic Österreich für jede Kniebeuge 10 Cent an das Projekt Dream Rocket gespendet. Mit dem gesamten Erlös werden wir dann die Weihnachtswünsche der Kinder erfüllen. Damit viele Wünsche in Erfüllung gehen, brauchen wir euch. Wie soll eine richtige Kniebeuge ausschauen? Wir achten natürlich auf die Gesundheit, deswegen Kniebeuge nicht nach vorne hinsetzen, die Knie auf Viererschirm, sondern Po nach hinten wegstrecken, reinsetzen, wieder aufstehen und das Ganze natürlich 30 Sekunden lang. Und so könnt ihr mitmachen. Postet ein Video, in dem ihr 30 Sekunden lang Kniebeugen macht, auf Facebook oder Instagram. Verwendet dabei den Hashtag 30SecChallenge, damit wir das Video finden und auswerten können. Egal ob in der Gruppe oder alleine, jedes Video zählt, jede Kniebeuge spendet. Dieses Jahr habt ihr bei der 30 Sekunden Challenge auch die Möglichkeit, einen Friends-Bomas zu erhalten. Für jedes Video einer von euch nominierten Person, die euch in ihrem Video markiert hat, bekommt ihr fünf Kniebeugen zusätzlich. Also wir haben bei der 30 Sekunden Challenge mitgemacht, weil wir finden, dass einfach jeder ein schönes Weihnachten verdient hat. Und bitte macht's auch mit. Und damit ihr wisst, wann und ob wir euer Video schon gewertet haben, werden wir jedes einzelne Video auszählen und kommentieren. Jetzt liegt es an euch. Jede Kniebeuge zählt, jede Kniebeuge spendet. Und dann liegt es ein bisschen weiter. Jede Kniebeuge zählt, jede Kniebeuge zu, jede Kniebeuge zu, jede Kniebeuge zu, jede Kniebeuge zu, jede Kniebeuge zu Vielen Dank.